Annika Leister ist Journalistin, sie nennt sich Politikredakteurin und ist meistführt hier online unterwegs. Spezialgebiete? AfD und offenbar Ethnologie. Darin habe sie ein Bachelor. Und als eine solche Ethno-Expertin hat sich die politische Reporterin etwa zu diesem Beitrag des Regierungssenders Deutsche Bell geäußert. Darin sind einige Migraten zu hören, wie gemein die Deutschen doch wären. Diese Herabwürdigung, die man jeden Tag erlebt. Oder bedeutet, Ausschlusserfahrungen zu machen. Gleichzeitig wollen dieselben Leute aber auch unbedingt zu diesen Deutschen gehören. Statt Kritik an den Beitrag der Deutschen Welle zu üben, statt die Aussagen zu hinterfragen, schreibt Frau Leister, der Beitrag mache sie tief traurig. Natürlich sollten wir die Sorgen und Nöte von Journalistinnen erstmal ernst nehmen und ihnen zuhören. Aber Deutschenfeindlichkeit und Antigermanismus müssen wir natürlich zurückweisen. Das 10-minütige Video des Regierungssenders Deutsche Welle ist voll mit Jammerei und voll damit, wie gemein die Deutschen doch angeblich wären. Es sind diese Kleinigkeiten, diese Herabwürdigungen, die man jeden Tag erlebt. Ein anderer Mensch in dieser Gesellschaft wahrgenommen zu werden, bedeutet gleichzeitig auch Gewalterfahrungen zu machen. Diese Aussagen betrachtet Frau Leister nicht etwa kritisch. Frau Leister klärt nicht auf, dass es sich bei Orkan Özdemir offensichtlich um einen SPD-Sympathisanten handelt, der kurze Zeit später SPD-Funktionär wurde. Frau Leister klärt nicht auf, dass Orkan Özdemir auf Facebook gegen Nationalisten auftritt, aber gleichzeitig der deutschen Nation angehören möchte. Was ist deutsch? Ich bin deutsch. Frau Leister geht auch nicht auf die angeblichen Gewalterfahrungen ein. Ein anderer Mensch in dieser Gesellschaft wahrgenommen zu werden, bedeutet gleichzeitig auch Gewalterfahrungen zu machen. Sie kommt nicht auf die Idee, etwa die verurteilten Statistik heranzuziehen, deren Zahlen Aufschluss darüber geben könnten, von welchen Gruppen statistisch die Gewalterfahrungen ausgehen. In dem Video, was Frau Leister so tief traurig macht, wird auch behauptet, es gäbe kein deutsches Aussehen. Ich glaube, es gibt kein typisch deutsches Aussehen. Man kann Menschen nicht ansehen, ob sie deutsch sind oder nicht. Das sieht man nicht. Aber wer weiß sei, das behauptet Frau Leister genau zu wissen. Frau Leister hat nämlich ihre ethnologischen Spezialkenntnisse genutzt und einen Artikel über die Oscar-Verleihung geschrieben. 2016 seien für die Oscars ausschließlich weiße Schauspieler nominiert gewesen. Wieder einmal, schrieb sie. 2017 sei das endlich anders. Frau Leister kann die Quote von Schauspielern, die nicht weiß waren, sogar auf eine Nachkommastelle genau angeben. Hört, hört. Aber woher weiß ausgerechnet Frau Leister, also vermutlich eine linke Person, wer von den Nominierten weiß ist? Frau Leister, können Sie das mit bloßem Auge erkennen? Ich will Ihr Gedankengut einfach gern verstehen. Ich würde es einmal gerne verstehen. Und weil ich Frau Leister gern verstehen will, habe ich ihr einen Brief geschrieben mit acht einfachen Fragen und einigen Unterfragen. Ich habe Frau Leister gefragt, woher sie wisse, wer weiß sei. Kann sie das etwa mit bloßem Auge erkennen? Das wären ja ungeheuerliche völkische Thesen. Leider konnte Frau Leister meine Frage nicht beantworten. Dass man als normaler Mensch, also als Rechtspopulist, ein Aborigine von einer Japanerin unterscheiden kann, ist klar. Also ich kann das. Das sieht man. Jeder kann das. Frau Leister kann das vermutlich auch. Aber traut sie sich das auch zuzugeben? Oder merkt Frau Leister dann instinktiv, dass ihr etwas wirres Konzept von Identität so zusammenbrechen würde? Was ist dieses Off-Color, habe ich Frau Leister gefragt. Bin ich Off-Color? Kann ich Off-Color werden? Und was müsste ich dafür tun? Alle diese Fragen sollten wir nicht nur Frau Leister stellen. Unsere Anfrage an die Bundesregierung hat damals ergeben, dass natürlich auch die Bundesregierung diesen Buchstaben-Mischmasch Off-Color oder eben POC verwendet. Und natürlich wollte auch die Bundesregierung nicht antworten, was sie darunter genau versteht. Mal meinte Frau Leister offenbar, jeder, der in Deutschland geboren oder aufgewachsen ist, sei Deutscher. Nur kurz später meint sie, wer Deutsch träume, denke und die Sprache am besten spreche, sei Deutsch. Und das sei die beste und einzige mögliche Definition. An diesen beiden Aussagen ist so viel falsch, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstens, die Missachtung der Staatsbürgerschaft. Es ist natürlich auch eine Staatsbürgerschaft. Auch diese kann Deutsch sein. Der Begriff Deutsch ist nämlich mehrdeutig. Frau Leister missachtet das. Zweitens, ihre beiden Aussagen sind widersprüchlich. Einmal sagt sie, es seien geografische Kriterien entscheidend. Danach sind es plötzlich innerlich Geistige. Drittens, will Frau Leister bei allen Völkern diese Kriterien anlegen? Schwer zu glauben, dass ein Afrikaner, der in der Elfenbeinküste wohnt, lebt und seine Vorfahren dort hat, aber natürlich Französisch träumt und denkt, plötzlich Franzose sein sollen. Was ist mit US-Amerikanern, die Spanisch als Muttersprache nutzen? Sind das Spanier? Viertens, hat Frau Leister auch mal Personen gefragt, die Deutsch träumen und denken, aber nicht als Deutsche betrachtet werden wollen? Ich erinnere mich nämlich noch sehr gut, wie ich auf einer Demonstration stolzen Türken beendet bin. Viele hatten die Staatsangehörigkeit Deutschlands, aber kaum jemand hat sich als Deutscher betrachtet. Wir haben uns für unser Vaterland, das ist nicht... Was ist denn ein Vaterland, die Türkei oder Deutschland? Türkei. Ich lebe seit 31 Jahren, zwei Monaten und genau 29 Tage lebe ich in Deutschland. Ich könnte nicht mal sagen, wie lange ich in Deutschland lebe. Ich bin hier groß geworden, das ist unser, ich sag mal, Mama-Land. Vaterland ist immer noch Türkei. Ein komplexes Thema reduziert Frau Leister auf einfache Phrasen und verstrickt sich in Widersprüche. Das ist kein guter Journalismus. Aber es bleibt nicht bei problematischen Aussagen. Es kommen noch sehr zweifelhafte Kontakte hinzu. Was tut Frau Leister sonst so? Wen mag sie? Zum Beispiel Christian Huber, der öffentlich seine Hoffnungen äußerte, der Transen- und Klauen-Darsteller Oliver Knöbel solle die damals schwangere Frauke Petry umboxen. Frau Leister hinterließ Herzen für einige Hubers Beiträge. Was ist mit Frau Leisters positiven Reaktionen auf Beiträge des durch Steuergeld finanzierten afrikanischen Aktivisten, der gern Europäer versklavt, sehen möchte? Auch dazu hat Frau Leister meine konkrete Nachfrage natürlich nicht beantwortet. Mein Fazit. Frau Leister sollte ihre journalistischen Standards vielleicht anheben an ihren Identitätskonflikten, vielleicht arbeiten und natürlich mein Video zum Thema Volksbegriff anschauen. Ich verlinke es Ihnen, Frau Leister.